Moin, hier Felix Eckert aus Hamburg. Ich wollte einmal zeigen, woran ich gerade arbeite und was mich gerade so bewegt. Das ist das Bild hier, das bewegt mich sehr. Darunter steckt ein ganz, ganz altes Bild, was ich 2014 gemalt hatte. Und damals fand ich das Bild richtig großartig, fühlte mich wie der Checker und irgendwann später habe ich dann gesehen, dass es doch nicht so doll ist. Und ich habe es übergemalt und teilweise pulsiert es noch durch das neue Bild durch. Und das ist etwas, was ich einfach sehr gerne mag, wenn die Energien der alten Bilder und die neuen Bilder verschmelzen und so ein neues Ganzes ergeben. Wie auch bei meinen Collagen, die man jetzt kurz zeigen, auch hier hinten sehen kann. Die hatte ich zerschnitten und neue Bilder dann daraus geformt. Und dieses hier ist aber auch eine Collage, weil ich mag immer sehr, sehr gern, wenn so Flächen aufbrechen. Aufbruch ist generell ein tolles Thema. Ja, und ich setze mich sehr mit dem Thema Klimawandel auseinander. Das ist etwas, was mich sehr bewegt, wo ich finde, für uns stehen da ganz, ganz große Chancen in unserem Leben, in unserem Lebensstil was zu ändern. Und mein allergrößter Wunsch ist, dass wir das nicht als Belastung oder Einschränkung, sondern als Inspiration zu einer nachhaltigeren Welt, zu einer Welt vielleicht mehr im Einklang mit der Erde. Besonders, wenn man dann auch sieht, dass das Gefühl entwickelt, dass die Erde ein Lebewesen ist. Und wenn wir dann überlegen, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit uns und diesem Lebewesen um, nicht tadelnd, sondern einfach überlegen, was können wir verändern, was können wir machen, dass das im größeren Einklang ist. Was bringt uns Leben auf dieser Erde? Was macht uns lebendig? Was hilft uns, bei uns anzukommen? Und da merke ich, wenn wir am Meer sind, wenn wir im Wald sind, wenn wir in den Bergen sind, wenn wir mit uns sind, wenn wir in der Ruhe sind. Und all das sind wertvolle Ökosysteme, die wir als so schön und so kostbar empfinden, dass wir sogar Dokumentationen darüber drehen. Und wenn wir uns für das Leben, für diese Kostbarkeit, für diese Ressource unserer eigenen Erholung entscheiden, dann ist es doch super inspirierend zu überlegen, was können wir tun, was können wir verändern. Dann ist das für mich keine Einschränkung, sondern dann ist das ein Aufbrechen ins Leben, fürs Leben, dass wir hier lebenswerter leben können. Mensch, das war jetzt viel Leben, aber darum geht es für mich.